Wie viele Wächter sind außer Ihnen hier im Haus? Ach, Sie wollen nicht antworten, nein? Schön. Im Haus sind noch zwei Wächter auf Kontrollgang. Das ist der Eckzeit, der sich in der Hand zu verhindern. So. Luchte, so zu sein. Oh, stammt! Oh, stammt! Oh, stammt! Äußerst Vorsicht mit dem Lichtschein! Und die soll nicht so trampeln wie die Büffel, lass ich Ihnen sagen! Was denn, im Vorderkeller ist er nicht! Die haben alles durch Schwöber noch nichts gefunden! Fried und Wanderaujus durchsuchen noch die Haltanlagen! Halt mal! Das ist der Letzter! Immer auf zur E-Mail, der braucht doch jemand! Los, los, los! Na, Schwenker schickt mich! Gut! Ich will auf! Das ist eine neue Konstruktion von Kontrolluhren! Und da ist der Plan zu Ihrer Bedienung! Und wenn die nicht auf die Minute genau gestochen werden, gibt's automatisch Alarm auf der nächsten Polizeiwache! Verstehst du? Aha! So! Hast du das kapiert? Na, hör mal! Ich bin doch keine Dussel! Na! In der Heizung und im Kohlenkeller ist er bestimmt auch nicht! So! Den ganzen Koks haben wir durcheinander geschmissen! Hallo! Du bist voll plötzlich geworden, was? Und wenn die Türen gesichert sind, hä? Was dann? Wollt er fünf Minuten die Polizei auf dem Hals haben? Ja, wir müssen doch hier rein, wenn er ganz raus systematisch durchsucht werden soll! Aber doch nicht durch die Tür, du Idiot! Durchs Büro im ersten Stock! Und geh durch die Decke! Nils! Nils! Ab dafür! Der einer 4 Was ist los? Hallo! Hallo! Was hast du denn? Hallo! Aude! Was ist denn? Ich hab verdrückt, ich nie gehört! Wo laufst du denn hin? Wo ist denn nicht so? Was ist denn da denn? Hier! Klinge da nur nicht! Was ist denn da? Doch mal! Was ist denn da? Ich muss doch schrecken, komm! Auf den Boden! Auf den Boden, Lisa! Ich hab deutlich was klopfen, Herr! Auf den Boden! Auf den Boden! Psst! Sof! 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 Vorwärts! Der muss ¿ rantig sein? Hier ist der Lichtscheide! Die Verschläge aufbrechen! Teuer! Aus, nice! Ich hab den Kerl entdeckt. Auf dem Boden steckt er. Ja? Ja, ich hab was klopfen gehören, will gleich zum Schwenker gelaufen. Ist der gesagt? Der ist von oben mit acht anderen. Jetzt werden sie ihn gleich haben, sagt er. Ich bin bloß hier runtergelaufen, um dir zu sagen, was los ist. Ja, ist gut. Ich bin so aufgepasst. Stundelang hätte man auch suchen können. Ja, wäscht doch! Drei, eins, vier. Drei hundert vierzehn. Drei hundert und vierzehn. Raus! Raus! Was? Wieso denn? In fünf Minuten ist die Polizei immer raus. Das ist ja verrückt, Mensch. Der Wächter hat da alarmiert. Nur mal raus! Halt! Ruhe! Fünf Minuten ist noch Zeit. Sechs Verschläge noch zu öffnen. Weitersuchen! Rad hier, los! Feuer, komm! Ach, Wetter, was soll das denn? Oh! Hier seid ihr nicht. Weißer Siebführer. Los, schneller! Jetzt auch nicht. Weiter, weiter, weiter! Weiter, weiter! Weiter, weiter, weiter! Schnell, wir haben nur noch drei Minuten Zeit! Los, weiter, schnell! Hier ist kein Schuss dran! Hier ist er drin! Pass er nicht abgeschossen! Mach doch auf! Geht nicht, steck ihm was mit drin! Lass mich da dran! Eilt euch! Schon noch eine Minute! Da! Da ist er! Da stecke der Hund! Los, los, los! Vorwärts! Alles weg! Los! Arzt schon, dass hier rauskommt! Vorwärts! Endlich! Himmel, Herrgottssakrament, noch einmal! Lass! Gott! Wo bleiben denn die anderen? Sind doch oben! Kommst du rein! Hier auch oben bleiben! Bitte doch ohne, Gerl! Ganz gleich! Haut ab! Bleiben die Mutlose! Gott, noch einmal! Geh doch, will ich Gott! Verdammt! Geh doch mal! 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 Geh doch mal!